Nachdem es in den Jahren 1920 bis 1923 immer wieder zu Putschversuchen gekommen ist, sowohl von links als auch von rechts, stabilisierte sich die Weimarer Republik in den Jahren 1923 bis zum Ausbruch der Weltwirtschaftskrise im Jahre 1929. Und diesen Zeitraum wollen wir uns jetzt einmal etwas genauer anschauen. Wir beginnen damit sogar ein Jahr früher, nämlich beginnen wir mit dem Jahr 1922. Es kommt zum sogenannten Vertrag von Rapallo. Dieser wird geschlossen zwischen der Weimarer Republik und der Sowjetunion und beide Staaten verzichten auf Ansprüche, die sich aus dem Ersten Weltkrieg ergeben und man erweitert die Beziehungen. Dieser Vertrag von Rapallo war für beide Seiten sehr wichtig. Die Weimarer Republik war genauso wie Russland isoliert. Die Weimarer Republik eben, weil sie als Mittelmacht, also das Deutsche Kaiserreich natürlich zu dem Zeitpunkt, als der Krieg ausgebrochen ist, aber die Weimarer Republik als Folgestaat wurde immer noch als Kriegsverursacher gesehen und Russland war deswegen isoliert, weil es eine Räterepublik gab und mit dem Kommunismus wollte man eben in Westeuropa nichts zu tun haben. Also durch dieses Bündnis beider Staaten kommen beide ein wenig aus der Isolation heraus. Und die Isolation noch weiter abgestreift hat dann die Weimarer Republik 1925 mit dem Vertrag von Locarno. Dieser Vertrag wird zwischen der Weimarer Republik und Frankreich geschlossen. Namentlich beteiligt auf französischer Seite ist Aristide Priand und auf deutscher Seite Gustav Stresemann. Beide verständigen sich jetzt wie folgt. Die Weimarer Republik erkennt die Westgrenze an und stimmt einer dauernden Entmilitarisierung zu. Zugleich verzichtet man im Osten auf jede Art von Grenzänderung, die gewaltsam geschehen soll. Also man erkennt im Grunde auch die Ostgrenze an. Frankreich sichert darauf hinzu, das Rheinland wieder zurückzugeben, also die Besetzung aufzuheben und die Weimarer Republik in den Völkerbund aufzunehmen. Beides geschieht dann im Jahr 1926. Das Rheinland wird wie gesagt geräumt und am 10. September 1926 wird die Weimarer Republik in den Völkerbund aufgenommen. Im April 1926 gibt es dann noch den Berliner Vertrag mit der Sowjetunion zur Intensivierung der Beziehungen. Das war ein Freundschaftsvertrag. Wir haben auch gesehen, dass die Erfüllungspolitik ratenaus spätestens 1923 gescheitert ist. Es kommt ja wie gesagt zur Ruhrbesetzung und die Alliierten erkennen aber auch, dass die Forderungen an Deutschland zu hoch sind. 1924 kommt es deswegen zu einer Neuordnung der Reparationszahlungen und vor allen Dingen was wichtig ist, man gewährt der Weimarer Republik jetzt ausländische Kredite und diese Kredite kommen jetzt vor allen Dingen aus den USA. Damit sollte die Wirtschaft angekurbelt werden und durch diese Ankurbelung der Wirtschaft hatte man erwartet, dass eben die Weimarer Republik mehr Geld dadurch einnimmt, mehr Wirtschaftskraft hat und dadurch eben auch die Reparationen zurückzahlen kann. 1929 ist dann auch ein wichtiges Jahr, was die Reparationszahlungen an sich angeht. Es kommt zum Yangt-Plan. Dort wird festgelegt, dass die Weimarer Republik jährlich 2 Milliarden Reichsmark zu zahlen habe und zwar das bis ins Jahr 1988. Und zunächst für die ersten Jahre sollte die Weimarer Republik sogar nur 1,7 Milliarden Reichsmark bezahlen, um eben die Belastung etwas abzudämpfen. Nur zum Vergleich, zuvor sollte die Weimarer Republik pro Jahr 2,5 Milliarden Reichsmark bezahlen. Das heißt, es ist schon eine deutliche Senkung und 1932 hören dann die Reparationszahlungen auf. Das erste Mal allerdings, und deswegen ist dieser Yangt-Plan so von großer Bedeutung, es ist nämlich das erste Mal, dass im Zuge dieses Yangt-Plans die NSDAP über die ganze Weimarer Republik bekannt wird. Denn die NSDAP arbeitet mit der DNVP zusammen, die DNVP ist ja im Parlament, und beide schaffen es, dass es zu einem Volksentscheid kommt. Also man erhält eben diese 10% der Stimmen der Wahlberechtigten, die eben zu einem Volksentscheid führen. Allerdings scheitert der Volksentscheid, also der Yangt-Plan wird nicht verhindert. Aber die NSDAP gelangt so zum ersten Mal in das Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit. Damit haben wir also gesehen, außenpolitisch gibt es durchaus Erfolge zu verzeichnen. Innenpolitisch sieht es jetzt wie folgt aus. Friedrich Ebert verstirbt am 28. Februar 1925. Das heißt, es muss ein neuer Reichspräsident gewählt werden, und der Nachfolger wird Paul von Hindenburg. Und man kann das hier in der Fotografie eigentlich relativ gut erkennen. Paul von Hindenburg ist, er war, sagen wir es mal so, er war Teil der obersten Heeresleitung, und damit kann man auch schon seine politische Richtung erkennen. Also er ist eigentlich nicht Demokrat, ist aber jetzt trotzdem Reichspräsident in der Weimarer Republik. Und er setzt sich durch gegen Marx, der eben von Seiten der SPD unterstützt worden ist und von Seiten der Demokraten. Also das zeigt schon, dass nach und nach die Weimarer Republik immer mehr nach rechts getrifftet ist. Zugleich beobachten wir auch unbeständige Regierungen. Alleine in den Jahren von 1922, vom November 1922 bis März 1930, haben wir sechs verschiedene Reichskanzler und noch mehr Kabinette, denn es kamen des Öfteren auch mal zu Kabinettsumbildungen unter dem gleichen Kanzler. Die habe ich jetzt hier nicht aufgeführt. Und wenn man sich mal so ein bisschen anschaut, warum scheitern diese Kanzlerschaften, dann ist es bei Wilhelm Kuno der Fall, weil er eine Minderheitsregierung führt. Das gleiche haben wir hier auch für Marx. Beide führen Minderheitsregierungen, das Parlament will eben aber eine Mehrheitsregierung haben und deswegen enden die Kanzlerschaften. Gustav Stresemann scheitert, weil die SPD einen Misstrauensantrag stellt, wegen des Vorgehens in Bayern und in Sachsen, weil in Sachsen gab es einen Putsch von links, in Bayern gab es einen Putsch von rechts, aber mit den Rechten ist man ja viel freundlicher umgegangen in der Verurteilung als mit den Linken. Gustav Stresemann kommt dem zuvor und stellt die Vertrauensfrage, die er verliert und deswegen muss Stresemann zurücktreten. Bei Hans Luther ist es die Frage nach der Handelsflagge. Es gibt einen Streit um die Handelsflagge, ob es nicht schwarz-rot-gold oder schwarz-weiß-rot sein solle und deswegen muss Luther zurücktreten. Marx muss dann 1928 auch nochmal zurücktreten, also ein zweites Mal. Diesmal nicht, weil er eine Minderheitsregierung führt, sondern weil sich herausstellt, dass die Reichswehr mit der Roten Armee zusammenarbeitet und Hermann Müller von der SPD scheitert dann 1930, weil sich die Große Koalition nicht einigen kann auf die Erhöhung der Arbeitslosenversicherung. Diese Regierung Müller wollen wir uns gleich eh nochmal etwas genauer anschauen. Derweil kommt es 1928 zu Reichstagswahlen. Das heißt, wir befinden uns noch in der Regierung Marx, aber wir nähern uns jetzt eben der eben besagten Regierung Müller an. Wir sehen bei dieser Wahl nochmal eine relativ starke SPD zusammen mit Zentrum, DDP und auch DVP, was eben alles hier demokratische Parteien war, sieht man, dass die Demokratie durchaus hier noch die Oberhand behalten hat. Die KPD kommt auf 54 Sitze, die DNVP auf 73 und die NSDAP ist hier schon vertreten im Reichstag, zunächst aber nur mit zwölf Sitzen. Das heißt, es war immer noch eine breite Basis für die Demokratie und am 28.06.1928 wird dann Hermann Müller von der SPD Kanzler und er geht eine Große Koalition ein. Große Koalition heißt SPD, Zentrum, DDP und DVP. Und jetzt kommt es eben zum Ausbruch der Weltwirtschaftskrise, ausgehend von den USA. Das war aber deswegen sehr bedeutsam für Deutschland, weil, wie wir ja vorhin gehört haben, die USA einer der Hauptkreditgeber für die Weimarer Republik war. Und diese Kredite werden jetzt einbezogen, man braucht ja das Geld in den USA selbst und damit hatte plötzlich die Weimarer Republik kein Geld mehr, um ihre Wirtschaftsprogramme durchzuführen. Die deutsche Wirtschaft bricht daraufhin zusammen, es kommt zu Bankenpleiten und eben auch zu einem rasanten Anstieg der Arbeitslosenzahlen. Wenn man sich nur mal die Werte für die Juli-Arbeitslosen anschaut, dann sieht man von 1929 mit 1,25 Millionen hat man 1932 5,39 Millionen, also das sind 4 Millionen mehr. Und im Januar ist die Arbeitslosigkeit gewöhnlich höher, da waren es dann über 6 Millionen. Zumindest schafft es die Regierung Müller eben nicht, die Arbeitslosenversicherung zu reformieren. Man hatte ja jetzt eine Unmenge an Arbeitslosen, das heißt, man braucht auch eben das Arbeitslosengeld, um es ihnen zu geben, aber man schafft es eben nicht, den Steuersatz für die Arbeitslosenversicherung anzuheben. Am Ende scheitert man aufgrund eines halben Prozentes, man kann sich eben nicht einigen, um wie viel Prozent man sie eben genau erhöhen solle. Und mit dem Rücktritt, mit dem Ende der Regierung Müller, am 27. März 1930, endet auch die Parlamentarische Republik. Und wie es dann weitergeht, das schauen wir uns dann im kommenden Video genauer an. Und wie es dann weitergeht,